Von meiner Seite herzlich willkommen zum IT-Special Performance Support elegant orchestrieren. So ein ganz praktischer Einblick sein in den Performance Support, wie man das eben umsetzen kann in Ihre Organisation mit unserer Software, der TT Performance Suite. Und ja, ein praktisches Beispiel einfach vorbereitet, wo man so ein fertiges Performance Support Design schon mal sieht. Und ganz praktisch werden wir auch in aller Kürze der Zeit trotzdem mal so ein kleines Performance Support Design gemeinsam erstellen, um wirklich zu sehen, wie man sowas elegant orchestrieren könnte mit Hilfe der TT Performance Suite. Damit ich auch oder damit wir auch so ein bisschen wissen, mit wem wir es denn heute zu tun haben im Teilnehmerkreis, ob das alles schon Experten sind zum Thema Performance Support, die Sie vielleicht hier und da einfach nur eine Anregung nur noch holen wollen. Oder ist das Thema Performance Support für Sie komplett neu? Würde ich ganz gerne das Webinar mit einer Frage einleiten wollen, die die Laura dann bitte mal einblendet. Genau, ich habe die Frage jetzt eingeblendet. Sie können jetzt einfach per Mausklick auswählen, ob Sie sich mit dem Thema Performance Support in Ihrer Organisation im vergangenen Jahr befasst haben. Ich sehe schon, die Teilnehmer stimmen eifrig ab. Knapp 50 Prozent haben schon gewählt. Leider kann ich Ihnen das Ergebnis nicht sichtbar machen. Ich werde Ihnen es aber gleich nochmal für Sie zusammenfassen. Wir warten noch fünf Sekunden, bis sich auch die restlichen Teilnehmer entschieden haben. Aber es zeichnet sich doch ein deutliches Bild ab. Und damit schließe ich dann die Umfrage. Und zwar 23 Prozent sagen ja. 50 Prozent, also ziemlich genau die Hälfte, hat sich für nein entschieden. Und 27 Prozent sagt, mir liegen hierzu keine validen Informationen vor. Vielen Dank. Dann übergebe ich den Bildschirm jetzt wieder zurück an Samtrufranke. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich allen Teilnehmern so ein bisschen gerecht werde. Sowohl den Experten als auch denen, für die es komplett neu ist. Fangen wir vielleicht mal mit der Frage an, was ist Performance Support, bevor wir dann wirklich in das System hineinspringen. Ganz allgemein, die TTS, die befasst sich ja und hoffentlich auch Sie in Ihrer Organisation, befassen sich ja mit Wissen. Und es gibt im Prinzip fünf Momente, in denen man Wissen benötigt. Dann, wenn man zum ersten Mal etwas lernen will, braucht man Wissen. Zum anderen auch, wenn man dazulernen will. Das sind zwei Momente, in denen ein Bedarf entsteht. Man spricht da eher vom formellen Lernen, vom strukturierten Lernen. Dann gibt es noch drei andere Momente, in denen ein Wissensbedarf entsteht. Und dann zwar, wenn man versuchen will, das Gelernte wirklich praktisch anzuwenden, umzusetzen. Auch da ist ein bisschen Transferleistung gefordert, braucht man ab und zu Unterstützung. Häufig passiert es auch, es ändert sich was. Wenn wir gerade ganz praktisch an Bildschirmarbeitsplätze denken, wo es Systeme gibt, die aus der Cloud kommen. Ändert sich von einem Tag auf den anderen was. Etwas funktioniert ganz anders als erwartet. Das sind so typische Beispiele, wo ich einen Wissensbedarf habe, der jetzt nicht formal irgendwo gekapselt ist, sondern der quasi ad hoc auftritt. Das heißt, ich habe zum einen die Möglichkeit, formell Wissen aufzubauen. Ganz klassisches Training, ob das nun Präsenztraining ist oder vielleicht auch ein Virtual Classroom mit einem Moderator, der dann curricular durch einen Kurs führt, sei dabei dahingestellt. Und die zweite Rubrik, mit der wir uns heute hauptsächlich befassen werden, das sind die Momente 3 bis 5. Ich versuche ein bisschen anzuwenden. Es passiert etwas, was ich so nicht erwartet habe und es gibt eine kurzfristige Änderung. Und hier sprechen wir dann wirklich vom Performance Support, wo eine direkte Unterstützung notwendig ist, damit halt Wissen sauber transferiert werden kann, damit ich in meinem Job, in meinem Arbeitsfluss weiterkomme. Nochmal eine andere Darstellung. Auf der einen Seite haben wir eben dieses Formelle Lernen. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt halt ein Lernkonzept, es gibt Lernziele, auf die ich dann sukzessive hinarbeite. Das ist aber, wie gesagt, so eine gekapselte Geschichte. Ich bin vielleicht in einer Präsenzveranstaltung, verlasse diese dann, komme dann an meinen Arbeitsplatz und in dem Moment, da können auch zwei, drei Wochen dazwischen liegen, muss ich das Wissen anwenden. Das ist der Zeitpunkt hier. Und hier greift dann das Performance Support Konzept. Da brauche ich manchmal nur ganz konkret für ein oder zwei Schritte eine konkrete Unterstützung, um das Wissen sauber anzuwenden. Manchmal brauche ich auch ein paar mehr Details. Vielleicht einen Hinweis, wie sowas bestpraktismäßig durchgeführt wird. Von einem erfahrenen Mitarbeiter oder vielleicht ein kleines Video. Vielleicht brauche ich auch Zugriff auf andere Ressourcen, einen Prozess-Owner, den ich kontaktieren muss, weil ich gar nicht weiter weiß. Vielleicht brauche ich auch Hintergrundinformationen. Vielleicht handelt es sich um irgendwelche Formalitäten, die ich entsprechend einer gesetzlichen Grundlage ausführen muss. Vielleicht brauche ich da die gesetzliche Grundlage nochmal in diesem Moment of Need, wie wir es sagen, im Zeitpunkt der Anwendung. Also hier nochmal zusammengefasst. Der obere Teil, dieses formelle Lernen, das sind die ersten beiden Momente des Wissensbedarfs. Ich lerne etwas neu oder ich will meinen Wissensfundus erweitern. Und dann Arbeitsalltag, die Unterstützung direkt im Arbeitsfluss, die Momente 3 bis 5. Hier sprechen wir dann vom Performance-Support. Auf den werden wir uns jetzt konzentrieren und hangeln uns mal entlang unserer Performance-Support-Pyramide. Dort geht es im Prinzip ganz einfach von der Spitze runter zur Basis von der ganz konkreten Unterstützung. Ich habe es hier schon mal rechts aufgeführt. Das kann einfach so eine kleine Führung sein. Das kann eine Quick-Reference-Card sein oder eine kurze, präzise Anweisung für ein Feld in einer beliebigen IT-Anwendung. Bis hin zu etwas komplexeren Unterstützungsmaterialien, FAQs, wie gesagt, rechtliche Vorgaben, vielleicht irgendwelche Normen oder Standards, auf die ich mal zurückgreifen muss, um im Arbeitsfluss sicher voranzuschreiten. Oder nicht zu vergessen die ganzen sozialen Ressourcen, die man im Unternehmen darüber hinaus hat. Zugriff zu Experten-Chats, vielleicht auch Zugriff auf ein Ticketing-System, ein Monitoring-System, was mir genau in dem Moment, in dem ich Wissens benötige, zur Verfügung steht. Und wie wir so eine Performance-Support-Pyramide designen können, das würde ich Ihnen jetzt gerne mal vorstellen. Das müssen nicht immer neue Materialien sein, die hier eingebunden werden. Wir alle wissen, dass es so viele Wissensquellen in einem Unternehmen gibt, die irgendwo teilweise versanden, weil sie einfach nicht im richtigen Moment angeboten werden. Ich denke, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, um eben diese Wissensquellen alle gezielt in dem richtigen Kontext zu nutzen. Ich zeige Ihnen das mal, wie das ganz praktisch umgesetzt werden kann, mithilfe unserer Software, der TTI Performance Suite. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt ein ganz normaler Anwender im Arbeitsalltag, hier an einem Windows-Rechner, in einem bestimmten Kontext. Sei es jetzt hier eine Office-Applikation, wie wird, weil ich an einer bestimmten Stelle nicht weiter habe, also einen konkreten Wissensbedarf, beispielsweise möchte ich einen Serienbrief erzeugen. Dann gibt es hier so unten rechts so einen kleinen Assistenten, wir nennen das Quick Access, so ein Orange. Und diese Orange erkennt halt quasi instantan, in welchem Kontext ich mich befinde. In dem Fall wird es 2010 und bietet mir entsprechend dieser Performance-Support-Pyramide ganz konkrete Möglichkeiten an, meine Aufgabe hier zu lösen. Das können Guides sein, das können weiterführende Dokumente sein, Prozessüberblicke. Und das Gute ist, dieser Quick Access, der reagiert wirklich kontextsensitiv. Wenn ich jetzt in einem anderen System, in einer anderen Transaktion, beispielsweise hier in einem SAP-TD, dann sehen Sie, der Quick Access erkennt, okay, neuer Kontext, eventuell braucht der Anwender hier eine entsprechende Hilfe. Dann fangen wir mal an, ganz konkret zu schauen, was es denn hier gibt. Unser Konzept, diese Pyramide, das Performance-Support, behalten wir mal im Hinterkopf. Dann fangen wir ganz oben an, ganz konkrete Möglichkeiten, wie Änder-Anwender unterstützt werden können. Beispielsweise durch eine Feldhilfe. Sie sehen, ich bin hier in dem Feld Order-Type und sehe hierzu einen entsprechenden Hinweis, wie dieses Feld Order-Type zu nutzen ist. Wechsle ich ganz dezent nur den Kontext, beispielsweise gehe ich auf das nächste Feld. Auch hier gibt es eine konkrete Unterstützung für den vielleicht unerfahrenen, vielleicht für den neuen Mitarbeitern. Das ist eine sehr konkrete Maßnahme am Spitze unserer Pyramide. Wir bleiben an der Spitze. Vielleicht brauche ich auch eine dezente Führung, so eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, um orientiert zu bleiben. Während ich diese Transaktion hier abarbeite. Da könnten beispielsweise die Guides eine gute Möglichkeit sein. Das ist eine sehr elegante Möglichkeit, seinen Prozess, seine Sequenz, die man vorhat abzuarbeiten, mit Hilfe einer Orientierung abzuarbeiten. Diese Schrittliste, diese Führung, die blendet sich sehr dezent rechts ein innerhalb dieses Quick-Access-Fensters und hilft mir dann halt Schritt für Schritt, die Dinge im Leitsystem nachzuvollziehen. Sie sehen, ich bin auf Schritt 1 und kann dann direkt weitergehen. Beispielsweise hier Schritt 3, an dem ich mich schon befinde, um zu sehen, was hier zu tun ist. Beispielsweise eine Abkürzung einzugeben für unsere Standardbestellung OR. Sie müssen sich diesen Guides ein bisschen vorstellen. Sind bestimmt alle schon mal U-Bahn gefahren, Metro, Straßenbahn. Auch wenn man da in einer unbekannten Stadt in so eine U-Bahn einsteigt, hat man in der Regel am Fenster, oben am Dach, so eine Führung. Man weiß, wo man eingestiegen ist und hat bestimmt schon als Ziel ausgegeben, wo man aussteigen will. Und hin und wieder schaut man halt auf diese Führung, auf diese Schrittliste, um zu schauen, wie weit ist man denn schon. Auch übliche Dinge, wenn Sie jetzt beispielsweise mal zwischendrin einen Telefonanruf empfangen müssen, ist auch kein Problem. Dann markieren Sie sich gerade den Schritt, an dem Sie aktuell sind, führen Ihren Telefonanruf durch und können dann genau an der Stelle weitermachen, wo Sie hier diese Markierung gesetzt haben. Also eine sehr schöne, dezente Unterstützung im Live-System, die sich selber unbeeinflusst lässt. Das heißt, Sie können auch jederzeit andere Aktionen hier durchführen. Also das ist keine Hilfe, die sich irgendwie in den Vordergrund schiebt, sondern wirklich hier dezent am Rand bleibt. Zweite Möglichkeit der Unterstützung innerhalb von Performance Support. Dritte Möglichkeit, jetzt werden wir so ein bisschen breiter innerhalb unserer Pyramide, ist das Anbieten vielleicht von einem Best-Practice-Filmchen oder vielleicht von einer ganz klassischen Dokumentation. Das können jetzt Dinge sein, die mithilfe unseres Autorenwerkzeugs, der Knowledge Force gebaut wurden. Die sind ja Teil der Performance Suite oder aber auch fremde Lerninhalte, die einfach kontextsensitiv eingebunden wurden. Beispiel hier einfach so ein Best-Practice-E-Learning über eben genau dieses Thema, wie ich so eine Standardbestellung ausführe. Wer sich mit unserer Knowledge Force schon befasst hat, der weiß, diese Inhalte werden standardisiert, mit Hilfe von Templates, ganz industriell und effizient erzeugt. Ich habe dabei verschiedene Lernmodi, kann mir Dinge präsentieren lassen in dieser geschützten Simulationsumgebung, kann aber auch diesen Best-Practice-Film einfach ablaufen lassen, bevor ich dann im Live-System diese Dinge nachvollziehe. Auch ganz einfach kontextsensitiv eingebunden in the moment of need. Natürlich gibt es neben diesen E-Learnings, wer mit so einem Single-Source-Prinzip operieren, auch den direkten Zugriff auf die passende Dokumentation zu dieser aufgezeichneten Sequenz. Ob jetzt als klassische Dokumentation oder als Kurzanweisung, als Quick-Reference-Card, wie hier in dem Beispiel aufgeführt, was man dann spaltenweise liest, bei Bedarf sogar ausdrucken könnte, sei dabei dahingestellt. Weitere Möglichkeit innerhalb unseres Performance-Support-Designs. Jetzt sind wir ganz gut schon vorangeschritten in unserer Pyramide. Vielleicht habe ich auch den Bedarf, hier ein bisschen mehr Input zu erhalten, welche Möglichkeiten, Eingabehilfen ich denn hier habe, um die richtige Vertriebsorganisation auszuwählen, den richtigen Bestelltyp. Vielleicht ist das irgendwo schon aufgelistet in einem Fremddokument, was ich hier ganz einfach kontextsensitiv anbieten kann. Das kann jetzt zum Beispiel so ein Excel-Sheet sein. Hat nichts mit einer Knowledge Force, mit einem Guide, wie auch immer zu tun, sondern es ist ein Fremddokument, was einfach kontextsensitiv angeboten wird in dem exakten Bedarfsmoment für den Anwender. Oder vielleicht noch ein bisschen breiter geblickt, ich möchte wissen, wo ordnet sich denn mein Arbeitsablauf, den ich gerade befinde, wie ordnet der sich überhaupt in den kompletten Prozessablauf des Unternehmens, meiner Abteilung ein? Wieso nicht einfach kontextsensitiv einen Prozessüberblick anbieten? Das kann jetzt so etwas sein, einfach aufzuzeigen, ganz schematisch. Vielleicht ein nicht zu treffendes Beispiel, wie dieser komplette Bestellprozess funktioniert. Denn meine Mitarbeiter sollen ja jetzt nicht nur stumpf irgendwo klicken, die sollen ja auch ein bisschen Spaß haben an ihrer Arbeit und wissen, wo sie sich gerade befinden, mit wem sie vielleicht auch zusammenarbeiten, welche Rollen an dem Prozess noch beteiligt sind. Auch ein kontextsensitives Anbieten hier von Prozesswissen. Das war jetzt mal ein fertiges Beispiel, in aller Kürze der Zeit mal aufgezeigt. Und in eben so kurzer Zeit können wir auch ganz einfach so eine neue Pyramide selber aufbauen. Ich wähle dazu bewusst mal ein Szenario, was mehr und mehr vorkommt. Und zwar webbasierte Applikationen, Cloud-Systeme. Nehmt dabei mal ein System, was wir auch intern selber nutzen. Salesforce.com, wenn Sie vielleicht schon mal gehört, vielleicht setzen Sie auch selber ein, Sie sehen meinen Quick Access aktuell. Der erkennt zwar, okay, ich bin in meinem Cloud-System, Salesforce heißt das, in irgendeiner Maske, Contact, aber es gibt noch keinerlei Unterstützung. Und jetzt bin ich vielleicht jemand, der sich mit Performance-Support schon ein bisschen auskennt und möchte eben so eine Pyramide jetzt elegant aufbauen, orchestrieren. Das wäre natürlich der erste Schritt, zu überlegen, was gibt es denn überhaupt schon für Wissensquellen im Unternehmen. Wie kann ich die heranziehen? Vielleicht auch mit anderen Leuten mal reden, um diese Wissensquellen verfügbar zu machen. Und dann das Wichtigste, ich muss diese Wissensquellen verkontexten, kontextualisieren. Wie das geht, zeige ich Ihnen. Auch hier fangen wir wieder ganz konkret an mit unserer Pyramide, die jetzt noch leer ist, ganz oben an der Spitze, Unterstützung für das ein oder andere Feld. Was tue ich jetzt? Wenn ich zum Beispiel eine Unterstützung hier für so ein Pflichtfeld haben will, in das Account-Name, Last-Name, wie auch immer, stelle ich zunächst erstmal mein Cursor rein und nutze dann einen sogenannten Autoren-Modus des Quick Access, wo ich für dieses konkrete Feld so einen digitalen Fingerabdruck hernehme. Das sieht man hier. Wenn ich in ein anderes Feld gehe, ich synchronisiere das nochmal neu, ändert sich dieser digitale Fingerabdruck. Der ist ganz wichtig zum Kontextualisieren von jedem Wissenselement. Ich nehme diesen digitalen Fingerabdruck jetzt mal von dem Feld, kopiere den in eine Zwischenablage über dieses Knöpfchen hier und gehe jetzt in die Workbench meiner Performance Suite. Das kennen Sie sicherlich schon, das ist jetzt auch die neueste Version, die 2015er, da hat sich optisch ein bisschen was getan, aber inhaltlich ist das noch wesentlicher wie die Vorgänger-Version und ich mache mir jetzt zunutze mein Cursor. Da habe ich schon jede Menge Cursor-Begriffe, beispielsweise einen ganz oben angelegt, nennt sich Account-Name. Den hatte ich auch schon im Vorfeld des Webinars so ein bisschen beschrieben, so eine Beschreibung hinterlegt. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist im Prinzip dieser digitale Fingerabdruck, den ich gerade abgegriffen habe. Den kopiere ich über die Zwischenablage hier rein, stelle sicher, dass dieser Cursor-Begriff auch freigegeben ist, also prinzipiell dem Endanwender zur Verfügung steht und bestätige das Ganze. Damit habe ich jetzt einen Cursor-Begriff verkontextet oder kontextualisiert und schauen wir mal, wie der ändert, wenn der dieses dann nutzen könnte. Das ist vielleicht ein neuer Mitarbeiter, der sich mit dem CRM-System noch nicht so auskennt, weiß noch nicht so richtig, was er hier zu beachten hat, nutzt dann den Performance-Support, die Orange. So, natürlich hier in das Ergebnisfenster reinschauen und siehe da, wenn ich mit meinem Kursor in diesem speziellen Feld bin, in diesem speziellen Feld bin, bekomme ich einen Hinweis, was denn bei dem Parameter-Account-Nehmend zu beachten ist. Wenn ich jetzt woanders hin wechsle, sehen Sie, greift diese Erklärung nicht mehr, denn mein Cursor ist jetzt nicht mehr im Account-Nehmend-Feld, sondern im Feld-Degree. Wechsle ich wieder zurück, greift der Performance-Support wieder. Ganz konkrete Unterstützung kann vielleicht auch sein, über Nacht hat sich im Cloud-System ein neues Feld eingeschlichen, Ändernwender ist verunsichert, klickt da einfach mal drauf, bekommt eine saubere Erklärung, wieso das Feld neu ist, in welchem Zusammenhang es steht. Wenn dann, sag ich mal, zwei, drei Wochen später allen das neue Feld bekannt ist, dann kann man diesen Klosar-Begriff auch wieder deaktivieren. Man muss ja nicht end für allemal dann im Quick-Access auftauchen. Eine ganz konkrete Möglichkeit. Bleiben wir mal an der Spitze unserer Pyramide. Jetzt schauen wir mal, wie wir so ein Guide erzeugen können. Auch das habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet. Die Guide-Erzeugung, die ist sehr einfach, die hat sich mit der neuen Version auch noch mal wesentlich vereinfacht. Es ist schlanker geworden. Man kann, insofern man das Recht hat, einfach über die Orange hier, über einen Doppelblick, den sogenannten Guide Creator aufrufen und dann ganz einfach über so ein schlichtes Recording so eine Schritt-für-Schritt-Liste erzeugen, die man dann, sobald man den Recorder-Knopf noch mal gedrückt hat, über den entsprechenden Publizierungsknopf publizieren kann. Auch hier, das habe ich schon mal vorbereitet, um so ein bisschen Zeit zu sparen. Ich habe schon mal so eine Schritt-für-Schritt-Liste publiziert und die dann im entsprechenden Portal zur Verfügung gestellt. Das ist einfach so eine kleine Führung, wie ich Kommunikationsdetails korrekt verwalte oder aufführe in so einem Cloud-System hier in Salesforce.com. Und final, damit es dann auch für den Endanwender wirklich verfügbar ist, publiziere ich diese Schritt-für-Schritt-Anweisung, diesen Guide jetzt noch. Ich speichere dies ab und begebe mich jetzt wiederum in die Perspektive eines Anwenders und siehe da, bin wieder auf der entsprechenden Maske hier, um einen neuen Kontakt anzulegen. Und jetzt habe ich hier meine Führung, mein was ist denn hier los? Dann gibt es einen kleinen Fehler. Dann versuchen wir es mal hier rüber. Da klemmt irgendwo die Säge, das tut mir jetzt leid. Aber Sie sehen, zumindest wird mein Guide hier kontextsensitiv angezeigt und er würde dann vom Format her genauso ausschauen, wie eben der Guide, den ich Ihnen in der Transaktion für SAP gezeigt habe, kombiniert unter Umständen mit anderen Hilfsmitteln. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Feldhilfe denke, hätte ich dann natürlich entsprechendes Kontext, wenn ich hier im Account nebenstehe, auch noch den Zugriff auf diese Feldhilfe neben dieser Führung, diese Schritt-für-Schritt Orientierung hier zum Ausfüllen meiner Kontaktmaske. Nur als Beispiel. Gehen wir mal weiter in unserer Pyramide. Dazu gehe ich jetzt zurück auf die Workbench. Da habe ich schon mal ein bisschen was für unser heutiges Webinar vorbereitet. Wir hatten vorhin schon gesehen in der anderen Transaktion, dass man auch Inhalte, die man beispielsweise mit der Knowledge Force gebaut hat, E-Learnings, ganz schick, im richtigen Corporate Design, die passende Dokumentation dazu, auch die kann man kontextsensitiv anbieten. Was muss man dazu tun? Einmalig so ein Lernobjekt aufzeichnen, dann hat der Rekorder schon automatisch diesen digitalen Fingerabdruck erzeugt und das Einzige, was noch übrig bleibt, ich muss einfach sicherstellen, dass der Endanwender auch prinzipiell darauf zugreifen kann. Ich muss es freigeben. Das mache ich über den korrekten Workflow-Status. Damit ist dann so ein Best-Practice-Lernobjekt auch freigegeben. Jetzt schauen wir mal, ob der Endanwender auch prinzipiell Zugriff darauf hat. Ist er in einem richtigen Kontext? Da habe ich die Orange geschlossen. Sie sehen, ich bin nach wie vor in meiner Kontaktmaske, habe entweder Zugriff auf so eine Schritt-für-Schritt-Führung oder weil ich ein bisschen weiterführendes Wissen brauche, ein Best-Practice, wie ich denn vorhandene Kontakte finden kann, dann kann ich ganz praktisch entweder das E-Learning hier Kontext-Sensitive aufrufen. Sie sehen, das sind jetzt mit Wortmitteln erzeugte Lernobjekt mit den entsprechenden Lernmodi. Ich kann hier sogar üben, um ganz sicher zu gehen, dass ich wirklich das Richtige tue. Ich kann es mir aber auch einfach präsentieren lassen, bevor ich dann das ganze Live-System genauso nachvollziehe. Oder einfacher ein Film-Modus Software-Kino, um Sicherheit zu gewinnen. Oder der klassiker Zugriff auf die Dokumentation, die ja auch immer Teil von so einem Lernobjekt sein kann. Wird das so eine klassische Dokumentation, eine Kurzanweisung, man kann sogar ein Übungsblatt mit ausgeben oder eben das sagte E-Learning. Weitere Möglichkeit, wie Sie so eine Performance-Support-Pyramide anreichern können mit Best-Practice-Materialien. Gehen wir mal weiter. Zurück hier als Architekt meiner Performance-Support-Pyramide will ich vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen zu dem aktuellen System vermitteln. Vielleicht irgendwelche Guidelines oder vorhin habe ich über gesetzliche Vorlagen gesprochen oder Grundlagen gesprochen. Normen, Standards, gerade im Industriebereich sind Standards eine wichtige Geschichte. Ich habe jetzt hier schon mal eine Guideline hochgeladen in die Workbench. Kann man ja machen. Das ist ein PDF-Dokument, was ich jetzt verkontextualisieren möchte. Was mache ich dazu? Gehe noch mal in das System. Greife noch mal den aktuellen Kontext ab hier. kopiere diesen in die Zwischenablage nehme jetzt meine Guideline und füge einfach diesen besagten digitalen Fingerabdruck diesen Kontext, diese Kontextinformation hinzu. Ich brauche gar nicht die Feldinformationen, sondern wir erreichen die Informationen des Kontext zur Maske. Ich bestätige das Ganze Objekt ist schon freigegeben, sollte somit direkt in the Moment of Need, im richtigen Moment, wenn es benötigt wird, auftauchen. Schauen wir mal, voilà, hier haben wir direkten Zugriff, hat nichts mit der Performance Suite zu tun, weder mit der Knowledge Force noch mit der Guide-Produktlinie, einfach ein schlichtes PDF, was mir jetzt hier eine praktische Startanweisung gibt, wie ich dieses Cloud-System zu nutzen habe. Wird mir natürlich jetzt an anderer Stelle nicht angeboten, wenn ich jetzt hier das Dashboard wechsle, ist das ein anderer Kontext, natürlich hier synchronisieren, dann sehen Sie, hier habe ich noch keinen Performance-Support, Sie sollten sich auch überlegen, wo sind besonders kritische Bereiche, wo muss ich besonders schnell unterstützen, dann fokussieren Sie bitte zuerst auf diese und bauen sich dort die Pyramide zuerst auf. So, wir gehen mal weiter, hier in unserer Kontaktpflege, sollten die Dinge natürlich dann wieder entsprechend auftauchen, das sind sie, das haben wir schon gesehen, wie wir Fremdmaterialien einbinden können, wie wir Lernobjekte der Knowledge Force einbinden können, wie wir Guides erzeugen können, wie wir Feldhilfe einbinden können, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Vorhin hat man auch sehr schön gesehen, wie es denn, dass es hin und wieder Sinn macht, mal einen Prozessüberblick zu integrieren, auch da können wir auf die Möglichkeiten der Workbench zurückgreifen, Sie wissen ja sicherlich, dass man Prozesse sehr schnell strukturieren, modellieren kann, in der Prozesssicht, die dann auch einem Prozessmodell genügen, welches hier im System hinterlegt ist und auch diese Prozesse kann ich verkontexten, das ist ganz einfach möglich, ich kicke mir so einen Prozess mal raus, da nennt sich Client Opening als Beispiel, auch hier habe ich ein Attribut, wo ich eben diesen digitalen Fingerabdruck hinterlegen kann, stelle sicher, dass dieser Prozess auch freigegeben ist und weil ich dies getan habe, sollte eben ein Prozessüberblick auch hier in der Performance Support Pyramide in dem Quick Access Auftauchen probieren wir es aus, siehe da, jetzt weiß ich auch wie eben der übergeordnete Prozess zum Client Opening durchgeführt wird und mit dem ich vielleicht auch zusammenarbeite. Weiteres Beispiel Prozesswissen Kontextsensitive vermitteln. Ich könnte es sogar so weit treiben, dass ich Kurse, die ich mich einschreiben will, beispielsweise Einsteigerkurs zum CRM wie Salesforce hier kontextsensitiv anbieten kann. Auch Kurse, die mit der Workbench aufgesetzt wurden, könnten kontextsensitiv angeboten werden. Es kann alles, was Sie hier auf der Workbench verwalten, kontextualisiert werden. Ich mache Ihnen noch zwei, drei weitere Beispiele, die häufig Sinn machen. Ganz häufig hatte ich ja schon gesagt, gibt es Wissen Anhalte, die irgendwo schlummern, sei es irgendwie in einem Sharepoint oder einer anderen Internetquelle oder ganz häufig sind vielleicht auch Foren im Internet sehr interessant und eine relevante Quelle. Auch da kann man ganz einfach mit Links arbeiten. Man kann ja hier auf der Workbench einfach einen Link als Objekt anlegen und auch Links können kontextualisiert werden. Ich habe das hier schon mal gemacht, Link angelegt, der ist noch nicht kontextualisiert, das hole ich jetzt nach. Zack, meine Signatur, meinen digitalen Fingerabdruck, der Kontaktmaske hier eingefügt. Jetzt schauen wir mal, was der Ändernwender nun zu Gesicht bekommt, sobald meine Pyramide wieder synchronisiert wird. Manchmal dauert es einen kleinen Augenblick. So, siehe da, direkter Zugriff auf eine Wissensquelle, ob das jetzt im Internet ist, im Intranet, einfach über die passende URL die richtige Wissensquelle angesprochen. Und es gibt so viele Wissensquellen in den Organisationen, die man über einen einfachen Hyperlink aufrufen kann. Das Problem war häufig der fehlende Kontext. Das können Sie jetzt ganz sauber hier nachholen, um die richtigen Wissensquellen in dem richtigen Moment anzubieten. Was fehlt noch? Der Faktor Mensch, den sollte man natürlich auch nicht unberücksichtigt lassen. Ab und zu braucht man halt doch nochmal einen Zugriff auf einen Experten, sei es jemand im Helpdesk, sei es der Process Owner, auch so was kann man in so ein Performance Support Konzept mit einbinden, dass man nicht erst aufwendig ein Telefonbuch suchen muss, wer ist denn jetzt der Verantwortliche hier für das CRM System, oder wer ist denn der Administrator für das und das System, bietet man kontextsensitiv mit an schlichtes Beispiel von meiner Seite ich habe eine einfache HTML Seite hinterlegt werden wir gleich sehen wie die ausschaut auch der gebe ich den passenden Kontext Fingerabdruck einkopiert so stetigt sicher dass es freigegeben ist und schau mal mit der Endanwenderbrille drauf bin jetzt hier in der Kontaktmaske synchronisiere meine Pyramide wieder und siehe da jetzt habe ich auch die Möglichkeit beispielsweise einen Process Owner zu dem CRM Kontaktprozess zu kontaktieren ich schaue das aus wie gesagt meine HTML Seite ist sehr schlicht habe hier den Zugriff auf den Process Owner in dem Fall eine einfache E-Mail generiert an den Process Owner vielleicht noch an seinen Vertreter und hier würden sie vielleicht noch ihren Anliegen reinschreiben und so geht die E-Mail direkt an die richtige Person raus weitere Idee oder manchmal ist auch gewünscht dass man einfach auf ein Monitoring System für diesen speziellen Fall zurückgreift oder auf ein Ticketing System wieso sowas nicht kontextsensitiv anbieten einfach hier ein Beispiel wie sowas ausschauen könnte und das passiert in dem Fall hier für mein Kontaktmanagement nicht aber wenn ich jetzt hier wechseln würde zum Beispiel da vorne in dem Dashboard für das Dashboard wäre aber dann vielleicht eine andere Person zuständig da gibt es noch kein Best Practice da bleibt meine Pyramide hier mein Quick Access leer mit der Pyramide jetzt wie wir sie aufgebaut haben durch es sei mir noch ein Hinweis gestattet gerade Richtung Web Applikationen Cloud spielen ja häufig auch verschiedenste Browser eine Rolle wir sehen ich habe hier die ganze Zeit im Internet Explorer gearbeitet der Vorteil wenn man so eine Pyramide für Web Applikationen aufbaut ist es dann auch egal jetzt wechsle ich mal hier in meinen das ist jetzt Chrome oder könnte auch den Mozilla Firefox Browser aufmachen dieses EPSS Konzept diese Pyramide würde dann auch bei webbasierten Applikationen natürlich Browser unabhängig funktionieren man macht sich einmal Gedanken über den richtigen Mix wie man vorhandene Wissensquellen am besten anzapft an welcher Stelle wie man sie gestickt kontextualisiert welche Materialien vielleicht noch fehlen diese Schritt-für-Schritt-Führung vielleicht auch ein schickes E-Learning und Best Practice oder eine klassische Dokumentation und bietet dies dann hier an das ist im Prinzip was ich Ihnen zeigen wollte ich glaube es gibt noch eine Abschlussfrage von unserer Seite um einfach mal so ein bisschen abzuklopfen ob sowas wie eben gesehen vielleicht in einem ganz anderen Szenario ob sowas bei Ihnen auch interessant sein könnte in nächster Zukunft Laura vielleicht blende ich du einfach mal die entsprechende Frage ein genau ich habe die kurzen Frage jetzt gerade eingeblendet und die Teilnehmer stimmen auch schon eifrig ab die beiden verschieben sich ordentlich hin und her knapp 50% haben schon gevotet ich warte jetzt einfach noch mal 10 Sekunden bis auch die restlichen Teilnehmer abgestimmt haben und dann fasse ich direkt die Ergebnisse zusammen und zwar 47% äh 50% sogar sagen ja in dem kommenden Jahr ist sowas geplant 17% sagen nein und 33% können hierzu keine valide Aussage treffen aber ich finde die Zahlen 50% die darüber nachdenken oder so eine Planung haben doch schon enorm dann übergebe ich den Bildschirm nochmal zurück an dich Sandro genau also ich spreche jetzt nicht nur die 50% an sondern alle auch für diejenigen für die es vielleicht aktuell in den nächsten Wochen und Monaten kein Thema ist weil sie noch Fragen haben zu dem was ich in der Kürze der Zeit versucht habe zu skizzieren wie man Performance Support praktisch umsetzen kann mit den Methoden und Werkzeugen der TTS und das F teve den die auch versucht zu